join game so der welt heißt mal das auch noch mal hier in mal ach stimmt den darf man jetzt gar nicht sagen ja erst mal willkommen zu folge zwei von wahlheim es müsste hier gleich irgendwann der der stahl runterfliegen glaube ich du bist auch unter geflogen ist oder keiner wird das passwort erraten ich finde das passwort ist richtig nice so ich will das jetzt sehen ich versuche rauszukommen aus dem haus und weiß gerne für schnick ich komme nicht raus kannst du hier die ja das wird der grund direkt für den tür kannst du die auch vielleicht mal ja kann ich kann ich kann nicht gleich ich warte dass er dass der stahl hier runter fliegt der müsste doch ja die muss getraut werden der baum ist aber wirklich kann ich glaube kann man ein zeug bauen ich muss das lesen ich habe es auch nicht gelesen und hier sind steine vielleicht mal weil 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 stahl jetzt anfängt dass er hier so ressourcen am anfang hat und wir klauen ihn wie jetzt alle ich glaube ich gebe euch das einfach wann kommt denn fliegst du noch da ich bin grad am fliegen ja ja genau ja 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 ich musste irgendwas essen glaube ich jetzt habe ich das für dich verpasst jetzt habe ich verpasst was machst du hier was bringst du hier mit ich bin sofort am beraten ich bin sofort ich bin sofort es ist das ist da kannst du ein aufs Hast du einfach die gleiche Frisur wie ich? Nee, hast du nicht. Ich wollte schon sagen, ne? Also mit Zap kannst du ins Menü entbauen und so weiter, ne? Also irgendwas parisch, ein bisschen craften oder sowas. Wie kann ich denn einen Knüppel bauen? Ja, ich habe aus biologischen Gründen immer einen Knüppel bei, ne? Übrigens, du bist ziemlich leise, glaube ich, ne? Ich bin leise? Ja. Ich habe es geändert. Ja, ja, mal gucken. Pass auf. Nicht, dass er auf Stahl fällt, ne? Nice. Pass auf, lieber, was du machst. Pass auf, was du tust. Dann muss ich den Gen hochziehen. Wow, wow, wow. Oh, das hat noch nicht gestorben. Das hier geht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, dass das gut ist, was du da tust. Ich habe diesen Raben getötet. Scheiße. Stahl, Stahl, warte mal, warte mal. Du, damit kannst du kein Schaden machen, warte mal, ich gebe dir mal was. Hier hast du eine Axt. Die drop ich jetzt. Oh, pass auf, alles was. Nice. 9,5, 6,2. Ja, läuft. Aber Stahl hat auch nur noch quasi einen Dritte gegeben, ne? Stone, pass auf. Wir brauchen unbedingt Stahl, Steine. Die sind einfach, man muss wirklich gucken auf sich, und. Rechnen die Pappel weg, du? Äh, drück wieder auf die Taste, auf die du die hast. Steht ja oben, meistens. Ist die Fackel auf oben, auf ne Zahl? Ja, genau. Why? Ey. Was will denn dieser Rabe hier? Der will dir was erklären, da kannst du hingehen und mit ihm sprechen. So, komm her. Was hast du jetzt? Ach so, ich soll das noch eine Ebene, ne? Wo ist das unsere Hütte hier? Ja, ist auch, die hat auch einen Namen, Schwitzhütte. Schwitzhütte. Ich glaube, ich... Aber ich sollte drin schwitzen, oder wie? Das hört sich schwul an. So. Guck mal, meiner guckt ganz traurig und läuft ganz traurig, weil du das jetzt gesagt hast. Die müssen jetzt keine Betten, wo man hier in diesem Haus schlafen kann, oder? Oh, ja, doch. Ich kann das alles noch machen. Also, müssen muss man nicht schlafen. Ja, weiß ich nicht eigentlich. Es sagt nur, abends, wenn du rausgehst, es ist kalt, weil du hast es kalt. Also, das hat so rudimentäre Survival-Aspekte, sind auf jeden Fall da. Ich glaube, Schlaf gehört nicht dazu. Ey, pass auf, wenn du das hier machst, ne? Nicht, dass der auf unser Haus knallt. Glaube ich nicht. Ich sag's nur. Übrigens, du kommst manchmal nur ins Haus. Achso, ich soll dich einebnen, ne? Ach Gott. Ah, too hard, sagt der. Birke is too hard. Ja, ja, genau. Birke is too hard, genau. Ja. Guck mal, Stahn. Ja. Komm mal rein. Ja. Geh mal in diese Chest hier, die linke, und hol dir ein Hammer raus. Aber. So, fuck, fuck, hacke, dings. Jetzt kannst du, die musst du irgendwo auf 5, 6, 7, 8, 4, wo, dann auch equippen. Hab ich gemacht. Und da kannst du bauen. Wenn du die Hammer equippst, dann kommst du in den Hoh. Hm. Also, ich hab's. Oh, okay, okay, hab ich jetzt. Übrigens, falls du mal nicht ins Haus oder rauskommst, dann musst du manchmal die Kamera ein bisschen nach unten, dann kommst du rein. Ne? Es ist, äh, die Workbench, die braucht ein Dach. Ansonsten kann man das nicht nützen. Also, man muss ein besseres Haus bauen. Ach, ich hab, ich hab ein Bett, ich kann ein Bett bauen. So. Ich will nur überlegen. Die Idee, glaube ich, ist, dass wir ein bisschen Waffenkraft und dann die Boss. Ja, ich denk mal, wir müssen... Attackieren. Oh, oh, guck mal hier. Alter, was macht ihr da? Oh, ja, auf, aus. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Guck mal, kaum ein Stahl, da ist sofort Apokalypse hier. Apokalypse, now. So. Die arme Schwitzhütte. Ich wollte gerade, äh, ich hab ein Bett übrigens da drin gebaut, ne? Ja, aber... Oh, ich bin tot. Können wir den wiederbeleben oder so, oder? Äh... Aber geil, ich find, das, das wertet unser Grundstück auf, dieser, dieser Grabstein da. Hier, wer ist das Alkan? Ja. Da hab ich noch einen Lechkörper, Alter. Ich hab eine Frau genommen, ich sie aus wie so ein... Ja, ich glaub, du musst dein Ding wieder anziehen, ne? Kann ich das denn? Kann ich gar nicht. Ja, im Inventar steht meistens hier dieses... ...zerlumpte Hemd, vielleicht. Weg, Punik. Boah, das muss weg hier. Ja, nee, hier. Kann ich das denn anziehen? Ah, okay, okay, okay. Okay, ich hab's gar nicht zu. Ja, ich bin back. Äh, endlich kann ich... Ist es nicht mehr FSK-18, ne? Nee. Oh, 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 oh. Es wurde... So, ich glaub, wir sollten jetzt jeden Baum um das Haus in Ruhe lassen. Du musst dann runter noch ein Feuer platzieren, sonst geht das nicht. Scheiße. Äh... Was ist los hier? Geht doch irgendwann die Ausdauer nach oben oder? Kack, ey, guck mal, ich glaube, mach still. Ey, ich hör die ganze Zeit nur Raben. So. Was brauchst du, ein Feuer? Ey, Steine. Ja, ich hab halt drin. Ja, ich hab... Ja, okay. Mach mir nichts rein. Was machst du? Hau nicht drauf. Du musst einfach nur nach unten gucken. Guck nach unten und dann kommst du rein. Guck nach ganz unten. Oh, was ist das denn? Das ist für eine Pennerhütte, ja? Ey, ihr müsst nur die Kamera nach unten auf den Boden gucken, dann kommt ihr rein. Komm nicht rein. Ich hoffe, ich nach unten gucke. Da, siehst du? Nein, stell dich nochmal... Ey, wie guckt... Gott, hier ist auch hier der Rabe. So. Ein Kopfpolster für die Erschöpften. Verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims dürfte ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendetwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Alles klar. You feel cold, sagt er. Okay. Okay. Unbeanspruchtes Bett. Ah, ich hab jetzt ein Spawn... Ihr müsst euer Bett, äh, in Anspruch nehmen, dann ist es ein Spawnpunkt, ne? Ah. Ich hab mal, äh, was, äh, zum Kochen. Du musst nach unten gucken. Dann kommst du rein. Warte mal. So. Ich hab jetzt mal Platz gemacht. Ja, wir können die Workbench immer noch benutzen. Also alles top. Wir haben schon drei Betten noch. Ja, du kannst, äh, ja, jetzt musst du Stonesbett, Stahl, du musst das Bett hier noch, was im Moos steht, noch für dich beanspruchen. Du hast hier richtig den Naturcharakter. Wie kann ich das denn machen? Einfach E drücken. Oh, verpiss dich, du Vogel. Ach, der muss... Haha, der muss... Haha, der muss... Ich will hier schlafen, ne? Oh, nein, Bett benötigt nicht, Bett needs a roof, sagt er, okay, schade. Vergiss. Bei mir steht, Bett benötigt ein Feuer in der Nähe. Hm. Der, dann lass doch mal das Feuer hier in die Mitte machen. Ja, man ist es da und warum, was aber vorher rauskommen? Aber, 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 aber Kummer, warum, warum ist es bei mir im Bett hier so viel Moos und so ein Scheiß? Ja, das ist halt so, ne? Das ist halt so. Der Türke kriegt, äh, die, äh, die hast du jetzt... Ich kann hier nix platzieren. Also, musst du die Hoden wegholfen. Ja, ich, ich kümmere mich um deine Bedürfnisse. Danke. Warte, was macht ihr denn da alles? Ich mach nix. Ich kann hier nix platzieren. Alter. Fire, ey, es brennt. Was ist passiert? Ja, es ist doch noch vorher gemacht. Ey, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Äh. Ja, da wurde Türke gelinscht und wurde gebraucht. Weißt du, ich hab mich um deine Bedürfnisse hingewollt. Ich bin jetzt richtig schön nach Kebab. Da bin ich wieder. Aber ich hoffe, halal, ne? Ja, das ist doch normal. Immer. Das ist jetzt nicht die Orteleichter. Was ist das denn hier? Also, irgendwie... Kannst du die wegschaffen, die Leichte? Weiß ich nicht. Das sind... Gästen. Mach ich so. Oh, scheiße. Ne, ich glaube, das läuft alles gerade gar nicht so gut. Vielleicht sollten wir auf dem Ebenenboden hier einfach nochmal neu eins hinsetzen. Ja, wir brauchen Neuschhaus. Aber dann brauchen wir hier... Kannst du das anders her? Ein Ebenen. Oha, was ist denn da? Was ist denn da im Himmel, Alter? Was ist das? Ja, das ist geil, ne? Ist irgendwie so eine Art fettes... Ja, biologisches Etwas, ne? Scheiße, hier geht alles kaputt. Aber meine Ausdauer ist so wenig. Ist das denn jetzt alles eingeebnet? Ja. Wie machst du das denn? Wie kann ich denn den Boden eindebnen? Ja, dafür brauchst du so eine Hacke. Die kannst du an der Werkbank herstellen. Die Werkbank ist in wo? Ja, in drin. Das ist der Tisch in der Mitte da quasi. Okay, okay, okay. Ist das jetzt? Hier? Ist das jetzt alles richtig? Ich hoffe mal. Kommen wir nicht... Obwohl, wir können jetzt nicht schlafen, ne? Weil das Feuer ist jetzt nicht mehr drin, ne? Äh... Wo kann ich denn Steine und so, äh? Ja, die sind immer ein Problem. Können wir jetzt ein Feuer hier machen? Dann könnten wir vielleicht schlafen. Und dann ist vielleicht Tag. Ich kann es versuchen, aber letztes Mal... Das ist startet. Ja, ja, nicht, ne? Ja, da... Ja, da... Als Stone hat letztes Mal Feuer gemacht hat, da war es ein Tod. Das ist auf. Okay, mal raus. Geh mal Feuer, mach mal Feuer. Geh mal aus. Okay, jetzt geht. So, jetzt versuchen wir mal... Ich kann schlafen. Okay. Ich schlafe. So, ich bin im Heu. Ich bleib einfach ehrlich auch. Story... Enemy's nearby. Ja, du hast noch einen Job zu erledigen. Du fühlst sich aus gut, gemütlich. Doppelpunkt 4. Oh, jetzt, jetzt. Ja. Guten Morgen. Alles klar. So. Guck mal, hier ist was. Resin. Ich habe Resin gefunden. So. Jetzt können wir... Oh, oh, oh. So. Weil mit der Hacke... Können wir nicht, äh... Ne Fackel tragen, weißt du? Ich kann etwas zu essen vertragen, wir kommen. Sieht das gut aus. Ich glaube, ja, ne? Ja, ich glaube, dass irgendwann da ist nichts mehr. Dann sieht es nur so aus. Okay. So. Also. Also. Okay, ich habe Boden aus... Pass auf, ich setze den ersten Boden. Warte. Ne, guck mal. Wir können ja da nicht platzieren. Ja, es ist jetzt mal. Was wegen der Workbench, oder was? Ja. Ja, warte mal. Ich setze einfach mal den ersten Boden. So. Ich habe kein... Kein Holz mehr? Nein, Workbench. Ist denn jetzt auch der richtige kaputt? Ja. Hier kann man nicht weiter bauen. Ja, egal, wirklich. Wir können ja jetzt hier... Ey, warte. Ne, mal. Warte. Wie geht es? Kannst du mir Holz geben? Ähm... Du kannst... Äh, 10? Ja, hier, ähm... 35 hier. Holst dir. So. Jetzt geht es nicht. Ja, gut, der Stahl prügelt da irgendwem die Scheiße aus dem Leib. Ich habe hier Wildschwein gejagt für euch. Ich kann das ja nicht essen, weil ich muss gehen will. Achso. Aber ich habe zu früh. Also, du kannst gleich. Wir gucken dann extra weg, ne? Wie bei Ready or Not, ne? Bodycam ist aus. Ja, guck mal, was hast du mit dem Vieh? Grayling. Ähm... Warte mal. Ne, hier machen wir lieber nicht, weil hier sind Steine. Die können wir doch nicht wegmachen. Ja. Okay, dann mache ich das nochmal einmal weg. Ja, Grauling, ne? Die kommen immer, da kriegst du, glaube ich, immer ein bisschen Harz oder so. Äh, echt mal das Holz. Warte mal, ich habe hier noch so eine Hacke, wo ist sie? Ich könnte hier den Boden auch ein bisschen hochholen. Ja, also ich habe hier die ganze Zeit, äh, ich hacke hier die ganze Zeit Holz. Wenn ihr wollt, Holz, ich kann euch was geben. Ja. So. Ähm, Vorsicht. Die kann ich euch Holz geben. Äh, einfach, ähm, Tab, Inventar öffnen, da kannst du einfach das, äh, aus deinem Inventar rausziehen. Und ich glaube, er macht ordentlich Damage auf unserem Haus und so. Ja, ich habe dir gegeben. Ja. 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 Hast du? Ich denke mal, ne? Ich habe 50 Euro, ne? Ja, ne. Oh, da kommt es in der anderen, da kommt es in der anderen, weil ich brauche was hier, was brauche ich denn? Guck mal, das ist in der Nähe. Der kann... Warte, mich jetzt, ich jetzt, ich jetzt, ich jetzt, ich nehme, ne? Ich habe jetzt, ich habe jetzt 40 Holz. Ja. Und das dachte ich mal hier auf dem Wohnzimmer. Ja, dann, genau. Und dann kann ich da drüber laufen und das aufsammeln, wenn ich Platz habe. Aber ich, ich sammle euch Holz und ihr mal, ihr baut da irgendwie Sachen, okay? Ja. Ja, ich muss jetzt ein bisschen nach Hakta leveln, ja, bezüglich Ausdauer und so. Ich will die Buche. Aber wie kriegen wir denn hier diese Birke hier oder wo auch immer das ist? Ja, ich denke mal, ich weiß nicht genau. Vielleicht brauchen wir hinterher was anderes als eine Steinachs, vielleicht eine Eisenachs oder so und ähnliches. So. So. Sollen wir mehr... Mein Axt, mein Axt ist kaputt. Ich muss, glaube ich, reparieren. Ja, du kannst halt reparieren. Ich glaube nicht, dass das was kostet. Komischerweise. Aftungs, die Schnitzel, Ruhe. Okay, vielleicht muss es klappen. Nein, die drinnen. Musst du noch nicht. Oh, ich brenne, aber im Feuer. Oh, ich bin doch tot. Ich bin tot. Ja, genau. Ja, wo er muss, ist ein Feuer mittel im Haus, Alter, was macht ihr? Wo er muss, soll ich es wieder hung auf Döner haben? Du kannst es so wegnehmen, jetzt. Nee, nö. Ah, scheiße, jetzt bin ich auch reingelaufen, scheiße und schlafen. Ich hoffe, äh... Okay. Naja. Naja, irgendwie bin ich mir... Sollen wir zu jeder Seite Türen haben oder nur zu zwei, drei? Drei, drei sollte reichen. Okay, dann machen wir da, da und da, okay. Kann ich denn jetzt hier Repair machen? Ähm... Ah, da, Repaired Stone Eggs, okay. Craft, Wood Arrow, Club Porch, brauche ich alles nicht. Wrecktönig. Ich brauche, ich, äh... Ist eh warm. Okay, das, das, das. Sneak, Okili, Okili. Aber ich weiß nicht, wie ich dieses Feuer auskriegen soll, ne? Das Feuer... Hammer. Dann mit, äh... Maus... Knopf. Ach, du meinst abreißen, ne? Nö. So. Ich mache jetzt damit, wenn wir vielleicht einen höheren Eingang haben. Mache ich doch ein bisschen größer. Na, komm. So tragisch, wie kann man... Hm? Ich muss mal gucken, ob ich die will. So. So. Entschuldigung. Oh, wow. Krass. Hey. Oh, nein. Oh, klar, ich habe mich fast gestohlen. Oh, ich bin tot. Ich bin wieder. What? Ja, Bäume fällen ist gefährlich. Oh, mein Gott. Da liegen meine Leichen rum. Ja, diese Steine bleiben da doch nicht liegen, ne? Ich dachte nämlich schon, wir brauchen uns um Deko keine Sorgen machen, wenn ein Stahl da überall stirbt. So. Okay. Okay, aber da muss noch ein zweiter Stopp. Wieso? Du willst... Ja. Das kommen wir doch... Natürlich. Echt? Ey, ja. Ja, aber du weißt, was wir jetzt alles bauen müssten, um überhaupt mal ein Dach zu kriegen? Ja, das ist doch klar. Wir haben doch genug Holt. Passt du. Genau. Okay. Die einzige Frage ist, wie kann ich die Treppe... Oh, du wirst falsch. Ja. So. Was ist denn ein... Skigard? Palisadenwall? Skigard ist eine weibliche Wache. Holztor? Warte mal, ich baue mal so ein Holztor da rein. Und jetzt? Ah, guck mal, Holztor ist direkt größer. Nice. Okay. Geht das hin? Nice, nice, nice. Nein, man muss hier immer auf das Feuer aufpassen, ey. Ah, brauchen wir wieder tatsächlich. Mal zum Balken. Balken? Das hier? Die nächste Holzlieferung kommt. Einmal abladen. So, ich muss mich kurz hinlegen. You can sleep at this time. Was ist das für ein Scheiß? Ich kann mich nicht mal ausdrucken, weil ich ins Bett gehe. Echt? Ah, kann man wirklich nur nachts schlafen gehen? Ja, dann fangen wir an, den Boden da zu bauen. Also. Weil das sieht komisch aus, ne? Nö, bisher ganz gut eigentlich. So, umschau. Ja, warte mal, warte mal. Achso, einen halben, nur, ne? Warte. Richtig. So, und jetzt kommen wir da drauf, bestimmten Boden bauen, ne? Boden. Kannst du das von da oben? Äh, es ist falsch, oder? Ja, die ist über falsch, ja. Achso. Ja, das ist ein bisschen tricky, ne? Nee. Oh, jetzt ist der auch falsch. Äh, ha? Wir wollen mal in Axt reparieren. Ich bin am Resten. Wie, du penst jetzt, oder was? Ja. Er hat mir gesagt, das, äh, das muss passieren. Das muss passieren. Das muss passieren. Oh, hier bricht das zusammen, okay. Nein, 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 nein. Ist das jetzt zusammengebrochen? Nö. Und hier zurück. Oh. Okay. Das sieht doch gut aus. So, läuft. Ah, hier muss ich jetzt an so einen neuen Balken hinbauen. Oh, Gott. Und dann baue ich hier mal einen Balken hin. Dann baue ich hier auch mal einen Balken hin. Ein weiter, weiter, weiter. Meinst du das? Der ist aber schief. Ja. So. So. Das ist genau. Ich baue jetzt schon. Ich baue, baue, baue. Da. So, da muss jetzt halt noch kleiner drauf. So. Und. So. Okay. Und wenn ich das richtig... Wo ist denn? Ne, ach so, da habe ich falsch gebaut. So, jetzt aber. Das ist jetzt richtig. Okay. Hey, Alka, was machst du so in deiner Freizeit? Ach, nee, ich hocke virtuelles Holz. So. Ja, Lumberjack, ne? Ja. So. Ja, komm, wir kaffeln gleich mal Waffen. Versuche auch noch. Ich... Psst, zum. Geben muss, äh... Wann? Wir müssen da ja auch immer noch, äh, ein Dach drauf kriegen, ne? Ich glaube nicht, dass diese, diese Etage hier zählt für die Werkbank, ne? Ach, ja, 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 ja. So, hier so, ne? Hier. Die Tür muss auch noch aufgehen. Ey, das ist aber auch nicht gut. Wenn du hier reinkommst, hast du direkt einen Balken vor der Fresse. Ich weiß nicht, mir geht langsam das Holz aus. Ich glaube, da arbeitet einer nicht gut, ne? Ja, ich bin da. Ey, du bist auch noch ausgezogen. Schwitzt zu sehr, ne? Das ist warm, ja. Hey, das Haus hier, das... Es steht falsch. Komm schon. Ja, mach. So. So. Oh, nicht. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist nicht, das ist einfach, aber die Zeit. Oh, my God, ich sehe alles, hier geht kaputt. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Okay. Ich habe nichts gesehen, Leute. Oh, Gott. So. So. Und? So. Ich versuche jetzt mal das Dach zu machen. Ich schlafe mal eine Runde. Yo. Ja, okay. Du machst das da, nehme ich an. Übrigens, wenn du, Stahl, wenn du was bauen willst, musst du erst mal ein Hammer craften, ne? Ja, und dann, wenn du Hammer hast, kannst du die rechte Maustaste, also wenn du Hammer ausgerüstert hast, kannst du die rechte Maustaste drücken. So. Möbel. Wie soll das Haus dann heißen, diesmal? Gewalt? Hm? Etwas mit Gewalt. Mit Gewalt? Gewalt. Oh, das steht gar nicht auf dem Boden richtig, ne? Ich habe keinen Hammer mehr. Stahl, Namensvorschläge? Ali Babas, Haus der 50 Räuber. Alles klar. So. Ali. Ach nee, anders. So. Ich könnte ja auch, äh... Das steht dann da aber nicht. Hier ist noch Holz. Ach so. Jo, dank dir. Oh, dann trage ich zu viel. Warte, ich muss das kurz auslagern. Warum steht das nicht da, diesmal? Okay. Ich glaube, das ist... Das ist zu lang, oder? Warte mal kurz. Hallo? Irgendwas stimmt mit dem Schild nicht. Oh, ich glaube, ich muss nochmal rasten, äh, ich... Irgendwie meine... Meine Linksfalt erholt sich nicht so schnell. Ich schlieb mit offenen Augen. So. Warum? Warum kriegt das nicht? Benötigt ein Dach. So, was schaffst du jetzt hier nicht? Ja. Ich kann... Versuch mal hier die zwei zu... Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Machst du gerade alles kaputt, oder was passiert hier? Ja, ja, das... Das musste. Das stimmt hier nicht. Ich glaube, wir brauchen da auch, äh... Das ist hier nicht möglich. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Das ist ein Rekwalt, also... Da stimmt etwas nicht mit. Hau zu... So. Lass halt mal den Profi machen jetzt hier. So. Profi. Ne, irgendwas stört das. Ich weiß nicht was. Der Baum vielleicht, aber den will ich jetzt nicht fällen. Warte mal. Äh, äh, äh... Geht mir ein bisschen falsch. Ja, kann ich dir geben. Habe ich selbst geholt. Äh, ist das jetzt... Nach unten? Was, das Holz? Warte mal. In Falle Placement. Warum kann man das Feuer hier nicht machen? Also ich habe es zweimal Holz fallen lassen. Äh, ich habe Holz. Okay. Okay. So kann alle rauszufinden waren müssen. Fehle eine Voraussetzung? Ich habe kein Holz. Scheiße. Scheiße. Hast du kein Hemd mehr? Ich zieh das nicht an. Zu viel Blut, ne? Alles nichts. Repaired Club. Ja, ich fange an zu. Ja, kann ich nicht mehrere, äh, kann ich nicht mehrere Äxte irgendwie craften? Ja, kannst du, natürlich. Was sollen wir jetzt erst mal schlafen gehen? Dann haben wir wieder Tasten, ne? Äh, mir fehlt Harz. Ähm. Jetzt benötige ich wieder ein Feuer in der Nähe, um zu schlafen. Ich glaube das nicht. Oh Gott. Ich will nicht schlafen. Das braucht nicht zu rufen. Ja, ich schu. So. Ähm. Ja. Was solltet ihr mal schlafen? Ja, aber da ist jetzt kein Feuer mehr. Oh scheiße. Scheiße. Ja, Placement. Ich habe noch Holz. Da. Pass auf. Wacht. Wacht, was war. Ja, komm schon. Hier ist alles so voller Rauch. So, ich habe es übrigens geschafft mit dem Ruf hier. Äh, hier ist voller auch alles. Oh doch nicht mehr, oder? Guck mal, hier ist alles, aber mal fehltet Leben hier drin. Echt mal? Ja, weil es voller Rauch ist, weil ich bin gestorben. Ich bin wieder einfach gestorben. Scheiße. Oh Gott. Okay. Du musst ja ein paar von den Mushrooms nehmen. Haben wir überhaupt eine Vorstellung, dass ich überhaupt... Oh Gott. Ich würde mal sagen, äh... Damit endet... Haben wir jetzt hier wieder ein Feuer? Okay. Schlafen wir? Ja, schlafen. Ja, schlafen wir erstmal. Und dann muss ich irgendwas zu essen haben. Ja. Sind wir jetzt wirklich wegen dem Rauch gestorben? So, warte. Ich gehe nochmal eben eine rauchen. Ich würde sagen, damit endet Folge 2. Bye. Hello. Untertitelung. BR 2018